...Blicke, vor allem weil Bremen weiter auf die Jagd nach der Führung geht, das ist Sargent, der ringt sich durch den Hamburger Abwehrriegel und erzielt das 1 zu 0, die Führung für die Werderaner in der 24. Minute, Joshua Sargent in einem Vorort von St. Louis im Bundesstaat Missouri in den USA geboren und aufgewachsen, gab im Mai sein Länderspieldebüt für die Amerikaner und erzielte...